Sein Bruder Johann Krieger bekam schon als Kind Cembalo Unterricht beim Nürnberger Organisten Georg Kaspar Wecker, zu dessen Schülern auch Johann Pachelbel gehörte. Nach verschiedenen Stationen in Deutschland wurde er schließlich Organist an St. Peter und Paul in Zittau. Als Komponist war der jüngere Krieger berühmt für seine Doppelfugen. Georg Friedrich Händel lobte seine anmutigen Klavierübungen und sorgte für deren Verbreitung in England.